Zurück im Kampf mit Madame. Carina, möchtest du noch mal gucken? Und ähm... Das war ein wundervoller Tampfer. Oh Gott! Und dann sofort mit dem Spammer. Achso, jetzt ist er drin. Aua! Dein Widerstand begeistert mich, Schatz. Ich glaube mit dem Spammer bringt's mich, Schatz. Ja... Also ich wollte ja wenn dann gerne die volle Breitseite mit dem Aufladen... Nee, das geht nicht, das geht nicht. Spielen wir noch einmal. Also es evosht, weil jetzt wird's ja was anderes. Jetzt ist doch dieses... Ne, was kommt denn jetzt? Du musst so einen Sense hin. Also, du konntest... Moment, welcher war das denn? Der da, ne? Mhm. Mhm. Scheiße. Reicht schon. Ne, knall drauf, knall drauf, immer drauf. Ja, ich bin aber gerade heiß gelaufen. Oh, sehr gut. Okay. Sehr gut. Zeit verkürzt. Ach, muss ich nochmal? Sie hat's noch nicht. Dann laden wir doch erstmal ein bisschen auf hier. Sehr gut, Zeit verkürzt. Ach, scheiße, okay. Ich sag dir Bescheid. Aber ich zeig nur verkürzt, die Zeit hört keiner. So einfach kriegst du mich nicht. Okay, auf X ist der Zeit verkürzt. Das ist gut. Ja. Ach, ich weiß. Kante, Kante, Kante! Oh, Gott. Das. Scheiße. Du besiegst mich nicht. Jetzt war ausweichen, ne? Okay, ich kann auch nicht. Ausweichen. Erstmal nur ausweichen. Kann auch nicht, kann auch nicht, kann auch nicht. Nee, nee. Kann auch nicht, kann auch nicht. Aber jetzt. Jetzt. Blau, Liebling, blau. Kante? Mhm. Oh, Kante, nein, 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 nein. Oh, Scheiße. Ja, sehr gut. Einfach nur durchhalten. Da stehst du gut, da stehst du gut. So einfach geht's nicht. Sehr gut, ist vorbei. Okay, das sieht gut. Jetzt kommen wieder Typen. Und du musst wieder ans Dingsbums. Aber du musst erst mal die Zeit verlassen. Ja, ja, ja. Das ist auch X, das weiß ich inzwischen. Weg springen. Sehr gut. Fuck, wir hatten mir jetzt hier wehgetan. Okay, mal zwischendurch ein bisschen Y rein. Bekampfe nicht, hier lässt mich anzuwehen. Sehr gut. Aber du siehst also gesundheitlich noch recht gut aus. Ja, ja, aber ich würde es gerne noch weiter ausbauen. Ja. Aua. Mhm. Ah! Nee, 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 nee. Steh auf, Moschee, steh auf! Schön, dich wiederzusehen. Hm. Die fängt zwischendurch nochmal an. Ist hier schon. Aber das ist ein Kampf. Scheiße. Reines Durchhalten. Ich hab auf den... Oh, Scheiße. Ich kann mich nicht bewegen. Nee, ich weiß... Ich weiß nicht, ob du auf dem weißen sicherer bist. Nein. So einfach geht's nicht. Scheiße, ich brauch Y. Scheiße. Scheiße. Aber du machst das nicht. Ja, sehr gut. Fuck. Fuck. Gib mir Y. Gib mir Y. Mann, gib mir Kombos, Mann! Schön, dich wiederzusehen. Haserei bringt einem da aber auch nichts. Du könntest. Du könntest. Das hier, ne? Ja. Kannst auch sehen. Da unten ist... Ja. Scheiße. Hin, 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 hin. Y. Ich muss nur bis zur Hälfte kommen. Nein. Scheiße, das schaff ich nicht. Das schaff ich nicht. Das schaff ich nicht. Die bringt mich vorher um. Scheiße. Oh nein, bitte nicht. Nein! Oh Kacke, nein. Nein, 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 nein. Nein! Oh Gott, weg! Bekämpfe nicht die Lust mich anzubeten. Weg! 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 Haben wir es? Es wird weniger. Ja. Oh Gott. Ey, ein falscher Schlag, ne? Ja. Da sind sie. Angriff ist die beste Verteidigung. Ah! Regeneration! Das ist doch nicht. Oh, jetzt sind da noch fliegende Teile dabei. Ich raste aus. Diese fliegenden Roboter-Dinger. Scheiße, fuck! Oh Gott, ein bisschen Gesundheit. Dankeschön. Nein! Die Frage ist, ob du den Roboter hättest einsetzen können gegen dich. Das wäre bestimmt gegangen, ja. Das hätte funktioniert. Also für dich ein bisschen. Nicht gegen dich. Also für dich ein bisschen. Nicht gegen dich. Spielen wir noch einmal. Will ich aber nicht. Das hört jetzt echt gut raus, wie das geht. Musste ich jetzt schon? Äh, sie... Jetzt flackert sie schon, ne? Gut. Du kannst auch schon, genau. Und ich weiß nicht, was besser geht. Spammer oder... Spammer... Mauerfick. Genug davon. Du besiegst mich nicht. Na doch. Hatte ich eigentlich schon vor. Oh Mann, ey. Die alte Madame Law. Vor allem, wer nennt sich denn so? Wenn ich mal fragen darf. Lauf. 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 Das schaffst du nicht. Wie? Alter Scheiße. Es lief so gut gerade. Alles gut. So, gib mir Gegner. Ich muss mich aufladen. Oh, falsche Taste. Entschuldigung. Schönen wir den Ernstling. Was ist mit Y auch? Ja, Gesundheit. Genau. X. Y. X. Sehr gut. Gesundheit ist voll. Du kannst voll auf X. Nein, Gesundheit ist nicht mehr voll. Nein. So einfach. Ging's nicht. Kannst du Gesundheit noch aufladen? Ja. Ja. Achso. Hm. Verstehe. Nein, nein. Steh auf, bitchy bitch. Steh auf. Du musst aufstehen. Du musst aufdehn. Oh, fuck. Das war zu nah. Okay, jetzt weiß ich den Radius. Alles klar. Weg. Ja. Fuck. Gibt mir Gesundheit. Aber gleich kann ich auch wieder. Du kannst. Ja, du kannst. Ich wollte nur was. Mach's lieber. Bevor... Ja, 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 ja. Knall die Menschheit. Ich brauch ja eh Gesundheit, ne? Ja. Ja, das war gut. Also Kombos sind gut. Kombos sind besser als... Nein, 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 nein. Ah, vor den Rand. Oh, jetzt geht das wieder los. Ja, ja. Ja, ja. Ja, sehr gut. Ne, nicht sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob du da runterfällst oder auch nicht. Ne, tut man nicht. Ich war schon oft genug, viel zu nah dran. Nein, nein. Aber springen wir noch voll rein. Nein, ich wollte es nicht sagen, aber ja. Aber es sieht doch ganz gut aus gesundheitsmäßig. Ja, natürlich. Er hat wohl gelacht. Ja, das wissen wir doch. Ach. Du musst aufladen. Ja. Also du kannst Y und X. Aber Gesundheit geht auch noch. Ja, sehr gut. Oh, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Achtung. Nein. So einfach geht's nicht. Äh, aha, okay, ja. Nein, nein, nein. Roboter, nein, 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 nein. Ah, halt! Was? Roboter! Ja, ja, ja. Da war doch was. Ne! Doch, Rost in Frieden. Ja, Rost in Frieden. Ja, den. Den nehmen wir doch. Wundervoll. Ein Traum. Zerstöre es sich selbst. Nein, 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 nein. Aber die Sache ist, dass du so nicht... Okay, du weichst erst mal schön aus. Das schaffst du nicht. Wie? Die Sache ist, dass du so die Zeit auch nicht runterkriegst und nicht aufgeladen wirst. Aber nein! Scheiße, 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 scheiße. Okay, wenn ich das hier lade... Nein! Nein! Wenn nicht, dann lauf lieber und spring nicht. Okay, fünf, vier, drei, zwei, eins, und go. Du hast das sehr, sehr gut. Ich will die blöde Mistbratze da besiegen. Sie hilft mir richtig gut, meine Gesundheit wieder aufzufüllen. Jawohl, aber... Hat nichts gemacht. Da passiert nichts. Oh Gott. Ja, aber guck doch mal, du bist schon ein Stück vor der Hälfte. Bei der Hälfte kommt ja eigentlich ein Speicherpunkt, ne? Ja, keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, was da kommt. Ich hoffe, dass da noch ein Speicherpunkt kommt. Ich bekämpfe nicht die Lust, mich anzuweten. Okay, ist schon das Finale, glaub ich, ne? Wurde schon wieder weniger. Sehr, sehr gut. Du bist voll aufgeladen, du kannst jetzt mit Mix voll loslegen. Na dann exeln wir die doch dann mal alle weg. Ja. Achtung! Ja, sehr gut. Schreib mal ruhig immer Achtung, wenn du das sagst. Ja, ja, okay. Achtung! So einfach kriegst du mich nicht. Achtung! Vorsicht! Nein, 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 nein! Oh Gott, es ist gut! Ich hab's gerade gesehen! Oh Gott, es ist gut! Oh Gott, es ist gut! Zwei, eins! Ah! Oh Gott! Sushi! Oh Gott, es ist weg! Okay, das Sequenz ist gut. Hier rumkreischen! Sushi! Ah! Alter! Trauma? Du hast nichts gelernt! Komm zu mir, ne! Ja, ja! Finde mir! Oh, du kannst! Äh... Ne, nimm dann hier? Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut! Das war sehr, sehr gut! Du musst immer die richtige finden! Ne, Achtung! Ja! Du bist mein! Mein! Seck die Augen vor Madame! Ah, okay, alles klar. Also gleich ist das System weiter. Wie sieht's mit der Gesundheit aus? Okay, könnte man mal? Ja, aber... Achtung! Ja! Achtung! Dein Widerstand begeistert mich, Schatz! Äh, ich hab doch, stört hier einen Roboter rum! Ja! Tut's! Weiß ich nicht, hab ich nicht gesehen! Sie hat's nicht gemacht! Verdammt! Ah! Sie macht's nicht! Also doch kein Roboter in der Regel! Scheiße! Aber hier! Stopp! Mach mal nochmal! Mach mal nochmal! Oh Gott! Mach mal nochmal! Wie siehst du mal an? Und jetzt wähl mal mit der Kamera? Nee! Geht nicht! Okay, dann ist wahrscheinlich... Entweder ist keiner da, oder? Wann, da ist einer, oder? Diesmal solltest du für... Oder sie macht das! Oder dreh dich mal so, dass man ihn sieht! Da oben ist er! Da oben ist er! Kann ich? Ja, versuch mal! Ja! Ja, jetzt hat er ihn! Okay! Sehr gut! Sehr, sehr gut! Sehr, sehr gut! Aber das hilft dir natürlich nicht! Ja, aber es gibt mir ein bisschen Luft! Ich kann dir ja... Ja, ja, ja! Auf jeden Fall! Bitte! Zu mir! Das ist sehr gut! Weil das gibt mir Gottseidank keinen Schaden! Wollen wir ein bisschen verkürzen wieder hier? Ja, ja! Sehr gut! Gib mir mal Gegner, bitte! Du kannst! Und ran! Achso! Das ist Scheiße! Das ist sie nicht! Das ist eine andere! Ne, die da! Ne, die da auch nicht! Die ist Scheiße! Scheiße! Mann! Und vor allen Dingen... Trifft dich das? Gesundheit! Gesundheit! Das trifft dich, wenn du die falsch spielst! Oh, na super! Oh Gott! Wie krieg ich denn jetzt nochmal Gesundheit? YY! YX! YX! Geräusche! Scheiße! Nein! Aber immer in die Hälfte haben wir! Jetzt... Ich wollte gerade sagen... Jetzt müssten wir ja rein theoretisch ab der Hälfte schauen! Ja, okay! Bitte zu mir! Bitte mal selber zu mir! Fände, meinst du? Fuck! Die da! Die da! Die da in der Mitte, in der Mitte! Ja! 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 Du musst sie hauen! Sie zählt nicht! Nee, die hinter mir wär's gewesen! Ja, die meinte ich! Weil du meintest, die in der Mitte! Na also... Nee! Oh Gott! Entschuldige! Die in der Mitte von den dreien, die da standen! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Dein Widerstand begeistert mich, Schatz! Okay! Warte! Ja! Ja! Wir müssen uns echt die Kombis nochmal aufschreiben, ne? Ja, aber vor allen Dingen, das bringt nichts. Du musst sie drücken, wenn du den Schlag ausführst. Die war super. Das war eine komplette Fünfer. Du kannst... Holen wir sie doch mal wieder runter von irgendwoher raus. So, welches ist jetzt hier richtig zu suchen? Der ist mal hier. Versuch mal gleich die. Neh, ne. Neh mal die, ne. Scheiße. Alter, wie erkennt man die denn? Keine Ahnung. Das waren drei Schritte, sehr gut. Ja, das ist alles mit Aufladen verbunden. Sehr gut. Hase und Hai, aber das bringt alles nichts, ne? Ne, das ist es ja. Und dieses andere mit dem... Mit der Logik? Ne, ne? Ach, Scheiße. Achtung. Ach, Scheiße. Ach, Scheiße. Ach, Scheiße. Ach, Toll. Okay, aber die Folge ist sowieso vorbei. Jo. Und dann übergebe ich mal wieder an dich. Okay, du die erste Hälfte, echt die zweite oder so? Ja. Also, bis dann. Oh, jeee. Oh, jeee.